Brawlerin Lola. Wie spielen, welche Ausrüstung, welche Game-Modes. Welche Game-Modes ist sie gut? Sie ist sehr flexibel und sehr stark in ganz unterschiedlichen Game-Modes. Zum Beispiel ist sie in Tresor-Raub sehr stark. Sie kann nämlich mit ihrem Ego zusammen viel Schaden machen und Gegner in Schach halten oder den Tresor beschädigen. Auch gut ist sie in Volley-Brawl und Basket-Brawl. Nicht so gut finde ich sie in Kopfgeldjagd oder Showdown. Das hat damit zu tun, weil sie sehr lange braucht, bis ihre Super aufgeladen ist. Damit ist sie sehr verletzlich. Spiel sie also in Team-Modes, wo sie die Kontrolle über Bereiche der Map ausüben kann. Nun wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spass mit Lola.